Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Ich bin tot! Salamu aloikum morroks. Heute Raubüberfall mit dem Bre. Wo ist mein Auto, du? Diesmal ficken wir Geld. Ja. Wallah, kaffa nur gönne Sikerma. Ja. Ja bestimmt bringt das was gegen 5 Sterne. Alle auf den Boden, ihr kleinen Hurensöhne. Wunderschöne Lichter. Was übertreiben die Olle? Sind die Behinder? Mir egal. Abo. Dein Vater, komm her. Ja. Parra! Irgendwo zu Hause gebunkert. Abo. Ja, das war männlich. Oh, Entschuldigung. Ja, irgendwer ist tot. Ey. Anane Pegasus gibi atarırım. Anane namına at gibi girerim. Oros bu çocuğu paytonda sikerimcheniz. Scherefsiz ne oldu? Allah. Er ist da rumgeschrungen. Guck mal, wo ich komm. Allah. Ja, ich bin tot. Hast du gesehen, wenn ich nicht gekommen bin? Ey, ich krieg das nicht hin. Ich mach YouTube so lange, bis ich für meine Mama einen Bentley in lila hole. Wenn ich einen Bentley in lila hole, dann bitte den Arsch. Allahu Ekber. Ich bin tot. Ja. Ich bin tot. Ich bin tot. Ja. Ich bin tot. Ich bin tot. Wie einfach lenken? Einfach lenken, ne? Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Und jetzt? Ich hab's geschafft. 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 Wie einfach möglich. Ja. Und jetzt? Das ist riesig. Geh'jäl. Ellersся. Und jetzt? Er so gut Eine schotz Ja 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 Hade kom Ja 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 Komm schon, ich kliapone. Du muckuck işte. Ja. Ne diyon lan? Oğlum var ya giydiğin sikili jeansi götüne kadar çekip anan namında piste at koşturur moros bir çocuğu. Kafanı, saçını sikdiğimi çapmayın ba pesi seni. Siktir git amına kodum. Und nochmal. Ja, altavarası cool vallaha so cool. Senin ananı kamcı yaparım sikerim ha. Okay. Help GZ. Ja. Heeeeyy jungen mal.